Ich bin hier beim Chefkoch vom Fäschberstübel in Kehle. Warum macht man so was, vor allem auch im fortgeschrittenen Alter? Das macht man, damit man wieder jung wird. Ja, nur auf der Couch rum sitzen und Fernsehen gucken, das bringt den ganzen Organismus durcheinander. Und hier haben wir auch gerade einen Gast da. Was gefällt dir hier so am Fäschberstübel? Ich bin so froh, wenn ich nach meiner Radtour da habe ich mal ein schönes kühles Bier gekriegt oder mal ein Fäschber. Und das ist nur zu empfehlen. Ich war selber, wo sie eröffnet haben, das erste Mal zum Essen, war sehr begeistert. Ich habe gesehen, dass es ein älteres Ehepaar ist. Ich habe dann angeboten, weil ich ja auch ein ausgebildeter Koch bin, falls man Oda-Mann ist, dass ich hier auch aushelfen kann als Koch. Lucia, die Chefin hier vom Fäschberstübel in Kehle, was gibt es denn besonders bei euch? Ja, Schnitzel. Unsere Spezialität sind Schnitzel in verschiedenen Variationen. Ihr habt ja auch ein Buffet-Angebot. Einmal im Monat, immer am ersten Sonntag, jeden Monat machen wir unser Sonntagmittagsbuffet für 15,50 Euro momentan pro Person. Die Reservierung wäre sinnvoll für diesen Tag. Und Kevin, schmeckst du jetzt noch her? Ja. Wie befindest du hier im Fäschberstübel? Ich finde es sehr lecker. Sie schöpfen sich doch zum zweiten Mal. Also das Fleisch ist sehr hervorragend und ich esse normal nicht so viel ab heute. Schmeckt es mir. Es ist ein richtig tolles Lokal, zum weiteren Empfehlen. Ja, hier haben wir die Köchin und ich habe schon gesehen, ein ganz leckeres Buffet. Ganz viele verschiedene Salate, verschiedene Desserts, verschiedene Beilagen, Pommes, Spätzle, Schupfnudeln, Schnitzel, verschiedene Braten, alles Mögliche, Querbeet. Ich sehe hier natürlich viele Gerichte und auf was achten wir da ganz besonders? Auf jeden Fall, dass es regionale Produkte sind, frische Produkte sind. Wir haben heute ganz besonders toll gekocht und natürlich auch für die eigenen Kinder. Ja, sogar. Schmeckt es dir? Ja. Und dir auch, ja? Fein. Ihr habt hier jetzt auch fein gespeist. Wie ist es denn hier im Fäschberstübel? Super. Die Chefin ist lieb, Essen ist gut. Die Karte muss wirklich so wie früher zum Empfehlen. Ja, jetzt fein gespeist. Wie war denn das Essen im Fäschberstübel? Gut. Gut war's. Fein und man kann es rausgläsen, was man gerne hat und so, die Feinheit. Sehr, sehr gut. Sehr zu empfehlen. Große Auswahl, ob es Buffet ist oder à la carte. Also wirklich, man kann es nur empfehlen. Es ist wirklich alles sehr lecker. Die Tochter heute auch hier beim Helfen. Genau. Mama und Papa. Und wie findest du das, dass hier das Fäschberstübel so gemacht wird? Sehr schön. Ja, es erinnert noch an unsere alte Zeit und hält sie jung und fit. Und es hält mich dann auch souverän und sorgenfrei. Ich finde es besser geht es nicht. Du machst auch feines Essen. Ich finde es super hier. Ja, einfach mal reinschauen ins Fäschberstübel am Bahnübergang in Kehle. Die Luzia und der Toni freuen sich riesig über euren Besuch. DESIKTÜBEL